Sieben, sechs, vier, zwei, zwei, eins! Das International Day of Telephobia in Chemnitz, wir setzen ein Zeichen! Tolle Bilder und ich denke, ein herzliches Dankeschön all den, die hier mit geholfen haben heute. Die von TimmeyV, Rätshöfe, die Grünen und vielen, vielen anderen, die heute mit da waren. Bitte entschuldigt, wenn ich manche Namen nicht mit nenne. Das ist einfach so, man kennt sie denn. Vielen Dank euch allen, ein guter Nachhauseweg und übrigens, wer nicht nach Hause gehen will, jetzt einfach rüber die Schmittmann-Passage, folgt denen, die am meisten hinlaufen. Und dort gibt es jetzt noch Fragwurst und Schnitzel und was weiß ich und ein viel, viel Schönes und ein lecker Bier, lecker Wein.